Willkommen zurück. Wir sind bei Teil 2 des Themas, das so ein bisschen abstrakt klingt, Aspekte der Mitarbeitermotivation. Gefragt ist hier nach Einflussgrößen. Was motiviert Mitarbeiter? Und hier kann man natürlich das immer auch verknüpfen mit seinem eigenen Erleben. Was motiviert mich selber? Und die Punkte, die man hier lernt, verknüpfen. Und es ist wahrscheinlich auch bei jedem Menschen unterschiedlich. Nehmen wir das auch mal auf. Zentraler Aspekt, haben wir in Teil 1 auch schon gemacht. Schwerpunkte sind je nach Mitarbeiter. Wenn jemand vier Kinder zu Hause hat, die alle noch nicht aus dem Haus sind, dann interessieren den Aspekte wie Arbeitsplatzsicherheit wahrscheinlich mehr, als wenn jemand jung und ungebunden ist und vielleicht gerne lieber ein dickeres Auto fahren würde als Dienstwagen. Machen wir weiter. Nämlich die Arbeitssicherheit. Im ersten Teil hatten wir die Arbeitsplatzsicherheit. Jetzt ist tatsächlich gemeint die Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz und im Betrieb. Generell, also auch in der Kantine, auf den Toiletten und so weiter. Sauberkeit, Hygiene, Verletzungsgefahr, solche Dinge. Auch hier gilt, wenn schlecht, wahrscheinlich eher nicht motiviert. Wenn vorhanden, entsteht daraus in der Regel keine besondere Motivation. So, jetzt kommt ein Punkt, der, glaube ich, eine Menge bewegen kann, nämlich Personalentwicklung und Personalförderung. Personalentwicklung, Personalförderung sind die persönlichen Wachstumsmöglichkeiten des Mitarbeiters. Was kann er erreichen, was kann er lernen, welche Fortbildung gibt es, welche Aufstiegsmöglichkeiten gibt es. Was wird vielleicht durch das Unternehmen sogar finanziert. Ja, das sind, glaube ich, ganz wichtige Aspekte. Und der nächste Aspekt ist, glaube ich, auch sehr, sehr wichtig. Das ist oder sind Dinge wie Wertschätzung, Respekt, Vertrauen. Ja, man könnte vielleicht sogar sagen, generell das Klima im Unternehmen. Aber das hier meint eher der Umgang auch mit den Vorgesetzten. Wertschätzende Vorgesetzte, Wertschätzung untereinander, respektvoller Umgang untereinander. Haben wir hier mal als eigenen Aspekt. Man könnte allerdings auch das packen unter die generelle Überschrift Betriebsklima. So, dann Einbindung. Einbindung, Einbeziehung. Die Situation für einen Menschen sieht immer ganz anders aus, wenn er weiß, er wird informiert über das, was los ist, als mit ihm wird irgendwas gemacht. Einbindung, Einbeziehung in das Geschehen, in das betriebliche Geschehen. Wenn die Leute nur das Gefühl haben, dass irgendwie was im Busch ist und die Gerüchteküche brodelt, dann haben sie sicher keine motivierten Mitarbeiter. Wenn aber zum Beispiel eine Betriebsversammlung einberufen wird und den Leuten ganz klar gesagt wird, so und so und wir haben da einen neuen Wettbewerber am Markt und wir müssen gewisse Dinge ändern und wie können wir das am besten tun und so weiter, dann ist das was völlig anderes. Ja, wenn sie die Leute einbeziehen, wenn sie Leute einbinden in das, was los ist, als wenn von oben einfach dann irgendwo irgendwie sozusagen ein Befehl kommt, der dann stur umgesetzt wird. So, und dann haben wir noch den Aspekt Betriebsklima, der viel auch mit diesem Aspekt hier zu tun hat. Ja, wie man hier das trennt, das müssen wir jetzt hier nicht diskutieren. Es sollen einfach zwei Auslöser sein hier, die man nennen und erläutern kann. Ja, vielleicht ist das hier eher gemeint im Umgang vorgesetzter Mitarbeiter und das hier generell, also auch Kollegen untereinander und wie generell da die Stimmung ist, die Motivation generell, gibt es dort eine Mission, gibt es dort eine Vision im Unternehmen, all das spielt hier sicher auch eine Rolle. Okay, Sie sehen also, wenn der Prüfer uns diesen Aspekt hier gibt, Mitarbeitermotivation, kann man eine Menge dazu sagen. Ja, wer hier sitzt und nur den Prüfer anstarrt, dem ist fast nicht zu helfen, zumal man diese Dinge hier auch immer, ich sagte es schon, mit dem eigenen Erleben verknüpfen kann. Also kann man sich die Dinge auch recht gut merken und man kann natürlich auch die Brücke schlagen zu den Motivationsmodellen. Ich habe das selber gemacht, Herzberg, das berühmte Zwei-Faktoren-Modell. Disatisfaktoren, also Unzufriedenheitsmacher, die man vermeiden muss und Satisfaktoren, die man gezielt suchen und ausbauen muss. Und ich würde mal sagen, dass das hier ein Satisfaktor ist und das hier etwas, das man unbedingt vermeiden sollte. Dass hier also zum Beispiel es dreckig ist, ist sicher etwas, was unzufrieden macht, aber nicht zufrieden macht, wenn es sauber ist. Ja, also man könnte auch eine Brücke schlagen zu Maslow, ja, zu seiner Motivationspyramide. Also das ist mündliche Prüfung. So soll es sein, dass sich ein Gespräch ergibt und wenn Sie da ein bisschen geschickt sind und vor allem, wenn Sie so strukturiert arbeiten wie hier, dann ist das auch kein Hexenwerk. Dann können Sie das selber ein bisschen steuern, denn noch einmal, Prüfer mögen es, wenn der Prüfling redet. Alles Gute, viel Erfolg. Wollen Sie Ihre Lernmotivation steigern, dann klicken Sie für Insider-Informationen auf den Link unter diesem Video.